Ja, vielleicht hat der ein oder andere es mitgekriegt. Heute geht es jetzt mal nicht direkt um Autos, denn unsere Inhalte sind geklaut worden. Und zwar auf TikTok, wo wir mit Petrolets bisher noch keinen Kanal haben, nicht stattgefunden haben. Das hat eigentlich hauptsächliche Zeitgründe. Was ist passiert? Irgendein Hanjob hat sich ein unaussprechliches Konto gemacht ohne Profilbild und lädt dort nach und nach gerade sehr fleißig Videos hoch von uns, von mir aus unseren YouTube-Kanalen. Videos, die bei uns sehr gut gegangen sind, sehr gut gerankt waren, viele Likes hatten und die zieht er dort jetzt dann auch ganz fleißig. Jeden Tag ein paar hundert Abonnenten, jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Videos. Das finden wir natürlich erstmal scheiße, weil das ist ja mein geistiges Eigentum und unser Material. Und ja, wir finden gerechterweise, wenn da jemand die Laubeeren dafür erntet, dann sollten wir das sein. Und wenn damit jemand bekannter und berühmter wird, dann sollten auch wir das sein. Deswegen gehen wir jetzt dagegen vor. Wir haben also eine offizielle Meldung bei TikTok gemacht. Auch ein paar von euch haben uns schon angeschrieben. Vielen Dank dafür und haben auch schon mal das Konto gemeldet. Vielleicht erreicht man zusammen jetzt da, dass das aufhört. Wir werden natürlich versuchen, da schnellstmöglich der Sache einen Riegel vorzuschieben, weil ja, ist schon eine große Sauerei. Man baut eine Marke auf, man baut eben hier mit sehr viel Arbeit, mit viel Herzblut Social-Media-Kanäle auf und erreicht dann innerhalb von zwei Jahren, zweieinhalb Jahren irgendwo eine gewisse Followerschaft. Und irgendjemand pflückt einfach die Kirschen vom Baum und baut da innerhalb von ein paar Wochen wahrscheinlich sogar eine Seite auf TikTok auf, die immer größer wird. Und mit der ihr wahrscheinlich dann jetzt auch schon anfängt, Kohle zu verdienen. Das finde ich nicht gut und ich glaube, ihr auch nicht. Deswegen helft uns gerne da. Hier ist nochmal der Screenshot von dieser Seite. Wie gesagt, den Namen kann man sich eh nicht merken, aber er ist hier fleißig unterwegs. Und es sind, man kann es auch ganz einfach erkennen, nur Videos von mir, die der ein oder andere Follower auch von YouTube schon kennt. Das ist eine sehr, sehr ärgerliche Nummer, ziemlich kacke sowas und deswegen sollte man da auch dagegen vorgehen. Wir werden natürlich ein bisschen daraus lernen und werden versuchen, zeitnah jetzt auch einen TikTok-Kanal mit unseren Inhalten zu machen. Keine Ahnung, wie wir das zeitlich irgendwie hinkriegen, aber lassen wir uns was einfallen. Ihr könnt uns gerne helfen, indem ihr den anderen Kanal auch einfach meldet und vielleicht unsere Nachrichten in irgendeiner Art und Weise teilt. Dass möglichst viele Menschen wissen, dass das nicht der Kanal von Petroletz auf TikTok ist. Wenn das nämlich so wäre, dann hätten wir einen Namen, der irgendwas mit Petroletz zu tun hat, egal was da noch frei ist. Also helft uns da ein bisschen und ich hoffe, ihr versteht, dass wir uns darüber echauffieren und dass wir das richtig scheiße finden. Denn Urheberrechtsklau und Urheberrechtsverletzungen sind in der heutigen Welt leider viel zu häufig vorhanden und werden auch viel zu häufig rechtlich nicht verfolgt. Und wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Inhalte bei uns bleiben und dass wir sozusagen in der Hand haben, was wir raushauen und was nicht und nur unter unseren offiziellen Kanälen. Also das ist das Statement heute, mal nicht um Autos, sondern um Markenschützung und um Urheberrechtsschützung. Helft uns gerne dabei, wenn ihr Bock habt und dann sehen wir uns hoffentlich bald in echt dann auch auf TikTok. Also vielen Dank und bis dann. Ciao.